In der heutigen Zeit wird es immer schwerer, Investments zu finden, die sich wirklich lohnen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit geraumer Zeit in einer Rezession, aus der es so schnell keinen Ausweg geben wird. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Die Zinsen steigen immer weiter und trotzdem haben wir es mit einer hohen Inflationsrate zu tun. Die amerikanische Regierung steht wieder kurz vor einem Shutdown, weil die Staatsschulden, die mittlerweile über 33 Billionen Dollar betragen, weiterhin in einem unglaublichen Tempo steigen. Und China steckt mitten in einer verheerenden Immobilienkrise, die sich, wenn es so weitergeht, leicht auf die ganze Welt ausweiten und somit die nächste Finanzkrise auslösen könnte. Man sollte meinen, dass man in so einer Situation wenigstens günstig Aktien kaufen kann. Doch das ist nicht der Fall. Die Leitindizes in den USA und auch in Deutschland befinden sich trotz Rezessionsängsten kurz vor ihren Allzeithochs. Das liegt auf der einen Seite natürlich daran, dass die meisten Anleger darauf spekulieren, dass die Zinsen bald wieder gesenkt und der Markt mit billigem Geld geflutet wird. Aber auf der anderen Seite ist es in meinen Augen auch ein klares Zeichen dafür, dass die absolute Mehrheit der Investoren keine Ahnung hat, wo sie ihr Geld sonst investieren soll. Ist die Aktie also einfach alternativlos? Nein, denn es gibt ein Asset, das im Gegensatz zu den meisten anderen Anlageklassen von der Mehrheit der Punkte, die ich eben genannt habe, sogar profitieren könnte. Das zur Zeit absolut unterbewertet ist und bei dem es mehr als genügend Gründe gibt, positiv in die Zukunft zu blicken. Dieses Asset ist Bitcoin und ich will dir im heutigen Video die wichtigsten Gründe nennen, warum du schleunigst anfangen solltest, dich damit zu beschäftigen. Weil du dich sonst schon sehr bald schwarz ärgern wirst, weil du die Gelegenheit deines Lebens verpasst hast. Wenn du wissen willst, was diese Gründe sind und warum du am besten sofort handeln solltest, erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. In den letzten Monaten gab es bei Bitcoin nicht gerade viel zu berichten. Der Kurs dümpelt so vor sich hin und abgesehen von ein paar kleineren Ausschlägen bewegen wir uns eigentlich stabil in einer Range zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar. Aber wie du wahrscheinlich schon weißt, bewegt Bitcoin sich in vier Jahreszyklen. Bis jetzt hatten wir also alle vier Jahre einen massiven Anstieg, der dann immer von einem längeren Zeitraum gefolgt wird, indem der Kurs wieder nach unten korrigiert. Diese Zyklen hängen maßgeblich mit den Blockhalfings zusammen, die alle vier Jahre stattfinden. Bei denen die Inflationsrate, also die Geschwindigkeit, in der neue Bitcoins entstehen, um 50% gesenkt wird. Im Moment befinden wir uns am Ende eines solchen Zyklus. Wir stehen also kurz vor dem nächsten Blockhalfing. Denn im Frühjahr 2024 ist es soweit. Ab dann kommen nicht mehr wie jetzt jeden Tag 900 neue Bitcoins auf den Markt, sondern nur noch 450. Das Angebot wird also bei gleichbleibender oder im Normalfall sogar steigender Nachfrage von einem auf den anderen Tag um die Hälfte gekürzt. Tja, ich denke, man muss wirklich kein Wirtschafts- oder Matheprofessor sein, um zu erahnen, was das mit dem Preis machen wird. Ich will dir aber trotzdem noch einmal deutlich machen, was das wirklich bedeutet. Wir könnten uns das stattdessen nämlich auch so vorstellen. Ab dem Tag des Halfings ist es so, als käme plötzlich ein neuer Käufer ins Spiel. Dieser Käufer erwirbt jeden Tag 450 Bitcoins, die Stand heute einen Wert von ca. 12 Millionen Dollar haben. Und das tut er montags bis sonntags, eben jeden einzelnen Tag der Woche. Und die Nachfrage der anderen Käufer bleibt bestehen. Und das, obwohl das Angebot an Coins, die auf dem Markt sind, sowieso schon extrem begrenzt ist. Denn Bitcoin ist auf maximal 21 Millionen Coins begrenzt. Von diesen 21 Millionen sind bereits über 19 Millionen in Umlauf, von denen aber die absolute Mehrheit gar nicht mehr auf dem Markt erhältlich ist. 15,2 Millionen davon sind nämlich unter Eigenverwahrung und werden somit nicht auf Börsen gehandelt. Und die Anzahl der Coins, die von den Handelsplätzen abgezogen werden, steigt von Tag zu Tag. Es gibt also, wenn wir die 15,2 von den 19 Millionen abziehen, nur noch ca. 4 Millionen Bitcoins, die auf dem Markt erhältlich sind. Und beim Halfing, das im Frühjahr stattfindet, wird die Zahl der Bitcoins, welche täglich neu entstehen, von 900 auf 450 halbiert. Wie ich letztens schon einmal in einem Short-Video erwähnt habe, gibt es ca. 44 Millionen Bitcoin-Adressen auf der Welt, auf denen ein Guthaben liegt. Wenn man davon ausgehen würde, dass jede dieser Adressen für eine Person steht und es insgesamt 8,1 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, werden es gerade mal 0,54 Prozent, die Bitcoin besitzen. Da aber die meisten Wallets bei jeder Transaktion, die man empfangen möchte, eine neue Adresse generiert, muss man davon ausgehen, dass die absolute Mehrheit der Bitcoiner mehr als nur eine Adresse mit einem Guthaben besitzt. Konservativ gerechnet könnten wir diese Zahl also locker halbieren und von höchstens 0,27 Prozent Bitcoin-Besitzern ausgehen. Das heißt konkret, dass die restlichen 99,73 Prozent der Menschheit sich die restlichen 4 Millionen Bitcoins teilen müssen. Wie verrückt ist das denn bitte? Das Potenzial für eine höhere Nachfrage in der Zukunft ist also gigantisch. Aber selbst wenn sie nur gleich bleiben würde, wäre es aufgrund des stetig sinkenden Angebots absolut logisch, dass der Bitcoin-Preis auf die Zeit gesehen immer weiter steigen muss. Jedoch ist es in meinen Augen Fakt, dass sie nicht gleich bleiben wird. Denn die größten Vermögensverwalter der Welt, darunter BlackRock, Valkyrie und Fidelity, die gemeinsam über 14,7 Billionen Dollar Kapital verwalten, haben neben vielen anderen Wallstreet-Größen Anträge auf Bitcoin-Spot-ETFs gestellt. Und zwar alle fast zum gleichen Zeitpunkt. Auch das Großkapital drängt also darauf, in den Bitcoin-Markt einzusteigen. Und es ist, weil der Druck immer größer wird, wenn du mich fragst, nur eine Frage der Zeit, bis diese ETFs von der US-Börsenaufsicht zugelassen und somit Unmengen an neuem Kapital den Weg zu Bitcoin eröffnen werden. BlackRock ist erheblich an den größten Firmen der Welt beteiligt. Genauer zum Beispiel bei jedem Unternehmen, das im DAX gelistet ist. Und bei 30 davon ist man sogar der größte Anteilseigner. Ich bin mir absolut sicher, dass sie diesen Einfluss, wenn es an der Zeit ist, ausnutzen und den Unternehmen, bei denen sie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit beteiligt sind, mit ihren Stimmrechten raten werden, einen Teil ihres Kapitals in den von ihnen herausgegebenen ETF zu investieren. Und genauso werden es auch die anderen Vermögensverwalter mit ihren eigenen ETFs handhaben. Tja, stell dir also mal vor, was passieren würde, wenn plötzlich die einflussreichsten Firmen der Welt anfangen, sich auf die 4 Millionen Bitcoins, die noch auf dem Markt erhältlich sind, zu stürzen. Es ist kaum vorstellbar, was das mit dem Preis machen würde. Die ETFs sind aber nicht das einzige Indiz dafür, dass das große Geld anfängt, sich bei Bitcoin zu positionieren. Denn BlackRock und auch der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, Vanguard, sind gerade dabei massiv in das Bitcoin-Mining-Geschäft zu investieren. Genauer hat Vanguard vor einigen Wochen für insgesamt 620 Millionen Dollar Anteile von Marathon Digital und Riot Blockchain, den beiden größten Mining-Firmen in den USA, erworben und sich somit auch in diesem Feld sehr gut aufgestellt. Es ist also kein Geheimnis mehr, dass das Interesse an Bitcoin auch bei der alten Finanzelite immer weiter wächst. Und es ist in meinen Augen auch nur eine Frage der Zeit, bis so ziemlich jede bedeutende Firma zumindest einen Teil ihrer Reserven in das digitale Gold investieren wird. Wenn die Zentralbanken nicht wollen, dass das Kreditgeschäft der Geschäftsbanken bald komplett zum Erliegen kommt, was dazu führen würde, dass nicht nur Deutschland, sondern auch alle anderen großen Volkswirtschaften bald kein Wirtschaftswachstum mehr verzeichnen und somit auch in die Rezession rutschen würden, werden sie die Zinsen bald wieder senken und den Markt wieder mit billigem Geld versorgen müssen. Diese zu erwartende Ausweitung der Geldmenge wird dann unweigerlich dazu führen, dass die Inflationsraten weltweit wieder steigen. Und was passiert, wenn das Geld immer weniger wert wird? Richtig, die menschenflüchtenden Anlagen, die im Gegensatz zum Geld knapp sind und somit ihren Wert halten werden. Und Bitcoin ist, wie ich eben schon versucht habe zu verdeutlichen, das knappste Gut der Welt. Und es bietet aufgrund des sich immer weiter verringernden Angebots und der weiter steigenden Nachfrage, die schon sehr bald explodieren könnte, einen perfekten Schutz gegen die Inflation. Davon abgesehen, dass es simple Mathematik und einfach nur logisch ist, dass der Wert eines Guts sich erhöht, wenn das Angebot sinkt und die Nachfrage steigt, war es in der Vergangenheit bei jedem Blockhalfing der Fall, dass der Kurs, sobald die Verknappung einsetzt, um ein Vielfaches seines ursprünglichen Wertes gestiegen ist. Und deshalb gibt es vor allem, weil dieses Mal sogar die größten Vermögensverwalter der Welt kurz davor stehen oder schon dabei sind einzusteigen, in meinen Augen keinen Grund davon auszugehen, dass es dieses Mal anders kommen wird. Wenn der Preis also im Zuge des nächsten Halfings auf 100, 200 oder vielleicht sogar 300.000 US-Dollar steigen sollte, dann werden zwar wieder ein paar Leute Gewinne mitnehmen, um sich vielleicht ein neues Auto oder ein neues Haus zu kaufen, was dazu führen wird, dass der Preis dann wieder etwas nachgibt, jedoch wird dieser Preisverfall nach dem Halfing in Zukunft immer geringer ausfallen, weil man je höher der Preis in US-Dollar steigt, natürlich immer weniger Bitcoins verkaufen muss, um sich andere Dinge leisten zu können. Das Angebot wird also nicht nur durch die alle vier Jahre stattfindenden Halbierungen der Inflationsrate und die immer weiter steigende Nachfrage, sondern auch dadurch, dass immer weniger Bitcoins verkauft werden müssen, immer geringer werden. Was dazu führen wird, dass die Bewegungen nach unten in der Zukunft immer unbedeutender werden. Und das wird dann wiederum zur Folge haben, dass immer mehr Firmen, Hedgefonds oder sogar Staaten aufgrund des immer besser werdenden Werterhaltungseffekts und der sinkenden Volatilität auf den fahrenden Bitcoin-Zug aufspringen und sich ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen. In meinen Augen sind die jetzigen Preise rund um die 30.000 Dollar-Marker eine Chance, die man wahrscheinlich nicht mehr so schnell wiederbekommen wird. Das Risiko, zumindest einen kleinen Teil seines Vermögens zu investieren, ist bedeutend geringer, als das Risiko es nicht zu tun und dann vielleicht die Gelegenheit seines Lebens zu verpassen. Wenn du diese Gelegenheit aber nutzen und auch in Zukunft alles Wichtige über Bitcoin erfahren willst, dann solltest du jetzt den Kanal abonnieren. Denn wenn du willst, noch eine kleine Spende für meine Arbeit da lassen und beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, euer CryptoPrinner. CryptoPrinner.